Bonjour, merci dass der Astrid-Woling-TV am Dokkanal guckt, ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astrid-woling.dalu-gesinn erlustern. Für dich ist er eine Lappenring persönlich bei mir gekommen. Am letzten Wochenende war ich auf den 30. November kurz Bericht auf einer Spalt von 4,4 auf 7,5 cm, so gut mit einer Foto von 4,5 auf 4,5 cm, das ist den 29. November zu Bresel vom Parlament-Magazin Trophäe-Deputé de Lanet an dem Wirtschaftserwährungsausschuss vom Europäischen Parlament gehört. Die Unerkennung von der Erbeicht von einem Europadeputeten an einem Ausschuss wird bereits ein Jahr von dem Wochenblad Parlament-Magazin organisiert. Eine unabhängige Jury proposiert drei Kandidaten pro Kommission. Stimberichter sind dann die am Moment 736 Europadeputeten, die ein Stimmen pro Kommission dürfen aufgehen. Den, den dann die meisten Stimmen kriegt an der Kommission, wo er proposiert ist, gibt da Deputete vom Jahr. Dieses Jahr wurden die Kandidaten an 16 Kommissionen vorgeschlossen. Ich kriegt 40% der Stimmen, die eine, zwei Kandidaten haben sich der Rest gedehlt, und dafür haben wir dann ein ganz schönes Resultat gewählt. Das macht man natürlich Freude, besonders weil ich als Deputete von einem kleinen Land nicht die großen Rapporten zu machen kriege, die die viel mehr zahlreiche Deputete aus großen Ländern sich zuschösteren. An der Kommission Ekonomie- und Monetär gibt es da 40 Mombern und gerade so viele Ersatzmomberen, weil die Kommission in den letzten Jahren, besonders in den letzten Jahren, den zentralen Holz spielt, in einer reineren Verteuro-Zone, eine bessere Regulierung und Überwachung von den Finanzmärkten betrifft, aber auch was Besteuerung, TVA, Existen und so weiter angeht, dass sind oft schwierige technische Dossieren, die politisch brisant sind, besonders für Lützebüche. Dafür wäre es schon eine Hei-Junerkennung von meiner Erwicht, als ich auch von meiner Performance an Endurance oder wie ein Kollege war gesucht und von dieser Hartnäckigkeit möchte ich versichern, mich an dieser Kommission durchzusetzen. Weil ich aufgrund dieser kleinen Notiz auf der Achterseite vom Lützebücher Wort so viele Felicitationen gehört, das ist der Moment aus der Zeitgrenze nicht persönlich beim Anfragen, weil ich all diese Leute von hier aus einmal bedanken möchte. Merci so, die mir besonders mit e-Mails und auf Facebook felicitiert haben, an ihnen von hier aus zu sehen, wie gesagt, ein herzlichen Merci so. Auf Facebook habe ich noch über 2000 Kontakten, die mich gefroht haben, um auf meine Freundschaft auf Facebook zu kommen. Die meisten haben mich nicht selbst gefroht, selbstverständlich. Ich kenne mich ganz viele von diesen Leuten, doch nicht persönlich. Ich muss mich allerdings freuen, wie ich mich auf Facebook auf meine Freundschaft auf Facebook wollte kommen, weil ich eigentlich hoffe, dass ich nicht mehr auf dieser Welt bin. Da wird ja tatsächlich ein, den mir sicher die eher Deputaten vom Europäischen Parlaments-Manifestement nicht vergangen, folgendes geschrieben. Ich freue mich, weil die Frage nicht mehr in der Lage ist. Ich freue mich, dass die Straßen hier noch hier zu nennen, weil die Portoen, wo die Straßen um dann drinnen hängt, gehen ich mit Freiheit aufzusichern, um hier dabei zu pissen. Voilà. Ich kenne den Herrn nicht, als ich noch nicht daran interessiert. Ich kenne ihn zu lernen. Ich bin in meiner langen politischen Karriere, dass ich so viel erlebe, doch dass es leid gibt, dass ich an ihre Kritiken nicht ganz objectiv bin. Aber ich sehe so ein geschmackloser Kommentar. Und an allem Niveau, wie ein anderer Mamba auf meinem Facebook schreibt, dass das nicht mehr nicht eine Konsequenz von einem sicher kranker Geist, was nicht mehr bedauerlich, sondern gefährlich ist. Politiker, sie keine Freiwillen, das soll den Herrn sich immer mal so lassen. Es tut mich natürlich gefreut, dass es so viele Freunde von meinem Facebook reagiert haben. Man hat ihm geschrieben, dass er andere, man war frisch, man hat keine Manieren. Verschiedene haben so gute Minkverdienste als Schöflinger-Buschmeister, Nationalen an Europa-Deputaten abgezählt. Merci. Ich wünsche dem Herr allerdings, dass er nach Tod hat, er genug Druck hat, für das ein Wasser bei den Potten von den Strassen, Schöldern, mit Mengem-Num zu lassen, wenn er mal tot sei. Eigentlich ist es schon ein verballer Kompliment, dass ich ihn los habe, nicht zu sagen, dass es geben und Mengem-Dum so viele Strassen, als er gelungen hat. So weit dort zu. Über die Krise vom Euro werde ich nächste Woche mehr am Detail zu sprechen kommen. Dass er nur vorfrieden Kommentaren über die sählischen, besonders die deutsch-franzäische Initiativen, vier um Sommet vom 8. und 9. Dezember zu machen. Zu viele Äußerungen, die manchmal sogar contradictorisch sind, machen großen Dösernäen. Eine Revision von den Tretien, gesagt sich auch auf den ersten Blick als schwierig. Und wir müssen genau gucken, was hier proposiert wird. Wann den Europäer wirklich ein qualitativer Sprung soll gelingen, kann ein Typoties von einem neuen Tretien natürlich nicht ausschließen. Auf alle Fälle will ich mich von den unvielsichtigen Deklarationen vom Eisen-Außenminister, Herr Asselborn, distanzieren. Einen Außenminister hat bekanntlich der deutschen Bundeskanzlerin reprochiert, und hat er nach einem offenen Brief, die Existenz der Europäischen Union vorzustellen. Wie ich hier kenne, wird ein Juncker von unserer eigenen Karten darüber, auf welchen das nicht öffentlich gemacht wird. Wir haben leider die letzte Zeit epidermische Relationen mit diesen großen Opern. Die sind nur noch blank, für einen Sommet, die Naseinkeien als historisch bezeichnet wird. Wir werden darüber die nächste Woche, weil wir müssen aufwarten, was der Sommet bringt. Entretien haben wir als Fraktion, also als Europäische Volkspartei, Sitzungen zu Marseille, bis Ende der Woche, vom 5. bis 9. Dezember. Und ich werde dann die nächste Woche von Straussburg berichten, wie ich das auch gekennzeichne kann. Merci, dass ihr mal noch geläustet habt. Bis zum nächsten Mal.